recht herzlich willkommen zur 47 folge von towns ja letztes mal kam ein händler und den wollen wir jetzt abfertigen da oben steht er ja schon und wir gucken mal rein und was will er alles haben wir mal shift hast du richtig viel kommt der kriegt alles mit von und fertig die auch und hier dass das kann auf jeden fall auch haben reichlich und genügend so dann haben wir sachen weg lieber loswerden wollen denke ich mal gucken was er dafür noch kriegen steintisch die beiden türen immer mal wenn immer die beiden hocker und den schranken krankenhausschränke können wir auch nehmen die kerze auf jeden fall auch die hafen nehmen wir immer noch ein bisschen deko wenn wir auch hier eine goldene uniformstatue gut einer haben wir schon davon ich glaube das reicht dann nehmen wir das doch mal oder so ein tacken schneller und startlos laufen dann gucken wir uns das an wo steht er denn hier in der ecke irgendwo wahrscheinlich okay da ist ja okay alles klar da ist eine kerze schon die die wir irgendwo aufstellen könnten dann passt schon gut das läuft in dem sinne hier sieht es mit unserer essensproduktion aus 31 öpfel 29 bieren sieben brote was wollen wir mehr haben läuft gut oder unsere happiness liegt bei 22 und wir können hier nochmal auto equipt klicken damit auch alle was anziehen aber irgendwie klappt das nicht so gut oder ja gut ja was machen wir jetzt gute frage warten bis der händler bedient ist ich glaube wir machen noch eine stufe schneller ich sehe irgendwie noch gar keinen der dem da was bringt komisch oder da da passiert jetzt was das erste mal ok knochen werden irgendwo anders hingebracht hm 50 2 und 127 dreck haben wir denn hier so viel dreck liegen dass ne der berg ist es nicht da ist es okay vielleicht kommt das hin weiß ich nicht ne das ist auch nicht 127 mal dreck woanders was nicht wirklich na ja wo sie irgendwo eingelagert oder so keine ahnung wir werden sehen oder sachen sind ja genug gekommen schon türen stühle muss ja eigentlich auch hier was passiert sein aber nicht so wirklich vier rote die roten werden sollten nicht hier raus holen oder wo macht das ist gar nicht das okay dann müssen sie natürlich alle unten rein und das da weg holen ach das waren ja rote perlen ne spiderit und das war roter schleim und der befindet sich im keller das ist die frage wohnen sieht irgendwie nicht so aus als ob das positiv hier ist da ist noch ein roter schleim der wird auch gerade geholt wunderbar aber wir haben keine beerdigungsmöglichkeiten mehr dann sollten wir da was dran tun deko da ja hier geht es weiter so passt schon gut und dann gucken wir mal wo hier ist noch da ist noch rote schleim überall ok und das sollen so viele sein da ist auch noch einer da müssen die ganz schön tief nachher runter und das holen ob das alles so klappt hier wird gerade irgendwo gekämpft aber ich weiß nicht wo hier ok ist wohl ein held ne aber da schlägt sich wacker alles gut der zweite läuft schon zurück bevor er etwas getan hat wahrscheinlich hungrig in keller gelaufen und nicht wieder gekommen naja schauen wir mal wie es hier weitergeht und beim händler rein gerade oder ein vierte 227 ja irgendwie kriegt er gerade nichts wir können mal hier vielleicht diese rock einstellen oder ist das hier wo den schärkommis blender stellen wir mal da zwei hin und gucken ob das passiert ein einer ist schon unterwegs kaum zu glauben und der zweite auch ja bevor ich gucken konnte war schon da gut wo stellen wir die hafen gute frage ne deko für draußen stellen wir da die hafen das war jetzt falsch f muss ich drücken damit sich das dreht kommen wir da eine hin oder zwei haben wir die erste steht schon kommen wir hier eine harfe da ist eine und da oben auch ok selbst in der küche ist eine hier könnte noch eine hin so passiert äh passiert gerade nichts kann das sein dass wir einen Angriff haben könnte wohl sein oder irrelevant zwei spinnen super so gut türen sind hier überall zu sehen oder ja da kommt keine tür rein die anderen sind schon da sieht hier oben was mit türen die drei türen sind da wir haben drei neue leute die gekriegt cool happiness ist cool bei den möbeln genau so ist es dann können wir die rausholen und da fehlt eine und da fehlt auch eine und dann haben wir die zwei türen wahrscheinlich auch schon eingebaut und weg sind sie ja auch schon kerzen können wir überall hinstellen ich mache es jetzt mal einfach da war schon einen schritt zu weit stellen wir da die kerze hin ich glaube wir haben schon wieder angriff oder äh da sind sie ja sind ein paar mehr aber ist jetzt auch nicht so spielentscheidend oder gut da haben wir ein bisschen mehr licht jetzt und schon alles verteilt bis auf das arzt schränken ich denke das können wir aber auch noch gerade hier hinstellen haben wir da zwei von ich weiß es jetzt gar nicht wenn dann stellen wir sie beide hin und gut ist und dazwischen dann ein bett oder so ne so was macht der händler oder worauf wartet der noch auf alles na kriegen wir aber auch noch hin oder kommt ein roter schleim wird hier auf dem feld angegriffen und schon erledigt ich glaube eine einzelne person bringt dem da nur was nein es waren schon die letzten zwei da wenn es nicht sogar drei sind eine zwei ja jetzt wird er wohl mehr bedient ja geht doch okay die wege sind nur soweit wohl so wie ist mit essen alles leer da ist zweimal mehl dran gewesen na das war jetzt nix zweimal brot äh sag jetzt nicht schon wieder ein angraf kaum zu glauben oder hm 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 So geht's schon, oder? Komm, wir nehmen den einen ja weg. So, dann brauchen wir da einen Personalboden drin. Ach, der war hier unten nicht da. Eine Zone. Tavernenrum, war das richtig? Jetzt wird das falsch gemacht, aber das ist auch nicht in Tavernenrum, oder? Tavernen, Tavernenrum. Doch, ist richtig, ne? So, vielleicht kommt dann auch ein Fünfter, muss mal gucken. Steht schon wieder? Nein, steht doch noch nicht. Hier fliegen ja die Piepvögel noch wiedergegen, ne? Gut. Wie sieht's beim Händler aus? 17, 2 und 127. Nur das Rote ändert sich zurzeit. Ja, lange Anreisewege für den roten Schleim. Hm. Geht grad nicht voran in dem Sinne. Die Spitzengeschwindigkeit läuft schon. Tja. Was will man da machen? 17, 2 und 127. Okay. Wir kriegen immer mehr Sachen auch. Wir wissen gar nicht, wo wir die hinbauen sollen dann. 16. Okay. Und da ist nichts drin. Da liegt's Mehl auf der Erde. Nicht in der Fässer. Tja. Was wollen wir machen? Abwarten. Was anderes können wir zurzeit nicht machen. Es ist schon wieder einer gestorben. Schade drum. Ja, müssen wir mal schauen, wie wir da zurechtkommen, oder? Oh, hier ist schon was passiert. Ein Stück Mauer wurde schon gebaut. Aber ich denke mal, wir werden jetzt unterbrechen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.